Zuerst mal noch eine Warnung, ich übernehme auf dem Kanal keine Haftung für Sach- oder Personenschelden, egal was ich da hier in den Videos zeige, das mache ich nur für mich, ich bin nur ein Elektronik Bastler und kann keine Haftung für irgendwelche Sach- oder Personenschelden übernehmen falls es jemand nachbastelt, das macht da auch eigene Gefahr. Hi Leute, in dem Video geht es mal am Computermaus und zwar für diese Maus, da reagiert die Taste hier nicht mehr richtig, ich habe schon versucht sie zu zerlegen, zu schmieren, zu sein bauen, aber die reagiert nicht, die da geht gerade noch aber die reagiert nicht und da kann man ja auch andere Tasten einbauen, die hat hier so einen Chip, dann hier so einen Chip, dann das sowas und so, also alles Mögliche und für die habe ich einen Empfänger, dann habe ich hier noch eine Billigmaus, für die habe ich keinen Funkempfänger, also die hat hier so einen Quarz da und die da hat so einen Quarz, hier, so eine Billigmaus, okay die hat hier so einen großen Chip hier und die hat hier so einen kleinen mit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ja gut, und eine LED, mal schauen was für einen Quarz hat die denn, was steht die da drauf, 16, 16 MHz Quarz, okay, dann gucken wir mal, die hat hier auch ganz billigen Taster hier, der auch leicht anfängt zu prallen, aber ich will die Taster raus bauen, den da und den da, dann habe ich hier einen Chip, mal schauen was steht denn da drauf, also für die habe ich keinen WLAN Empfänger, ah da ist WLAN Antenne dran, da steht drauf T, 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 L, S, R, 8, 5, 1, 6, E, P, 16, CH, 1, 8, 2, 2, C, K, 2, T, O, U, Punkt 1, genau, dann hier das ist der Kamerachip denke ich, ansonsten ist da nicht viel drin, das hier ist WLAN Antenne, die hängt direkt an den Chip hin dran, ohne Filter, ohne alles und so, ja gut, ich würde sagen ich löte mal das da raus, Achtung, ich muss sie zwar nehmen, Lötkolben ist heiß, kann gefährlich sein, das hier sind verschluckbare Kleinteile, die können auch gefährlich sein, man kann daran ersticken, wenn man die einatmet, also nichts einatmen, die kann man auch einatmen, das ist nicht gesund, also ich übernehme keine Haftung für irgendwas, wenn das irgendjemand nachmacht, da mein Linsensystem ist, könnte jemand nachverschlucken oder einatmen und daran ersticken, das könnte man auch sich ins Herz rammen und dann sterben, also es ist gefährlich bitte nicht nachmachen und wenn es irgendjemand verbundenerweise nachmacht, ich übernehme keine Haftung dafür, was auch immer mit dem passiert, es ist alles auf eigene Gefahr, wenn es jemand nachmacht, so ich löte mal die beiden aus. So, jetzt habe ich die anderen zwei Taster eingelötet in diese Maus, die ist von der anderen Maus und die passen sogar rein, die hat hier 3 Lötpunkte und hier auch 3, ich habe ein bisschen unzauber gelötet, man könnte es noch sauber machen aber es sollte schon passen, dann werde ich das noch ein bisschen sauber machen und dann wieder zusammenschrauben würde ich sagen. So, nachdem die Maus zusammen ist, funktioniert sie wieder, die reagiert auch hier wieder schön und hier, ja, funktioniert wieder, schöne Funkmaus, kabellose Funkmaus mit neuen Tastern, einfach die Taster getauscht, durch Taster von irgendeiner ganz billigen Maus, eine ganz ganz billige Maus, wo ich die Taster eingebaut habe, die hat glaube ich nur 3 Euro gekostet und dafür habe ich die teure Maus, die hier mit dem Sensor besser reagiert, Achtung, da darf man nicht reingucken, da können unsichtbare Infrarot Strahlen raus kommen oder Infrarot Laser unsichtbar, aber es funktioniert, ok, sage ich mal Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.